Man sieht sie nicht, man hört sie nicht und dennoch sind sie da, mitten unter uns. Knapp 200 Mafiosi sollen hier im Land leben und arbeiten, für die großen Mafia-Organisationen aus Italien. Doch das Bild vom schnauzbärtigen Paten, der mit Sonnenbrille, Geldkoffer und Waffen im Pizzerien einmarschiert, um Schutzgeld zu erpressen, ist längst Geschichte. Die Mafia funktioniert heute eher wie ein moderner Konzern und ist, so sagen Experten, tief verwurzelt in unserer Wirtschaft. Haben Strafverfolgungsbehörden und die Politik das Problem im Griff oder darf die Mafia bei uns schlichtweg machen, was sie will? Darüber diskutieren wir gleich, aber erstmal haben sich Sandro Mattioli und Paul Winter auf Spurensuche begeben. Bündelweise Bargeld, versteckt in einem geheimen Fach in einem Auto. Geld, das auch von der Mafia stammen soll und nach Baden-Württemberg geschmuggelt werden sollte, aber von vorn. Es ist der 3. Mai 2017. Zwei Italiener fahren in einem Peugeot 206 Richtung Grenzübergang Brenner. Die italienische Polizei stoppt den Wagen und findet das Geheimfach. Darin 176.700 Euro in bar. Die beiden Männer werden festgenommen. Die Spuren führen zu einem gewissen Carmelo R. Ein Italiener, der damals in Schweigern bei Heilbronn lebt. Der Journalist und Mafia-Experte Sandro Mattioli hat jahrelang zum Thema recherchiert. Für zur Sache geht er den Spuren nach und macht sich auf den Weg nach Schweigern. Aus einer Akte italienischer Behörden ergibt sich folgendes Bild. Carmelo R. ist ein Unternehmer aus Italien, der sich hier niedergelassen hat und Glücksspiel für Mafia-Clans unter anderem organisiert hat. Mit einer ganzen Reihe von Unternehmen, die er mit anderen Geschäftspartnern aufgebaut hat, aber führend war. In Schweigern gibt es seit Jahrzehnten eine große italienische Gemeinschaft. Carmelo R. ist 2017 hierher gezogen. Aus Ermittlungsakten hat Sandro Mattioli seine frühere Wohnadresse herausgefunden. Was können seine ehemaligen Nachbarn über ihn erzählen? Wir machen eine Berichterstattung über den Carmelo R. der ist ja wahrscheinlich in Haft in Italien. Ich glaube ja, so hat er es jetzt auch mitbekommen. Ich glaube sogar in Deutschland. Aber mein Vater weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der was überrufen soll. Also dürfen wir vielleicht nachher nochmal kommen? Also der ist ab 17 Uhr daheim. Okay. Okay, gut. Wir hoffen, dass uns der Vater der Anwohnerin später mehr zu Carmelo R. erzählen kann. Carmelo R. leitete ein ganzes Netz von Unternehmen. Das Wichtigste hatte seinen Sitz in Malta mit rund 60 Mitarbeitern. Auch in Schweigern gründete er eine Firma, eine GmbH, hier an dieser Adresse. Das Ladengeschäft ist heute verlassen, aber nebenan gibt es eine Spaghetti. Vielleicht kennt der Wirt ja Carmelo R. So sagt er aus. Kommt mir bekannt vor. Er hat ihn in das ***-Grasse, hinten hat er klebt. Und jetzt ist er in Haft. In Haft. Jetzt, also ich nehme an. Denn wo genau sich Carmelo R. heute aufhält, ist unklar. Die italienischen Behörden hatten ihn und seine Firmen jahrelang auf dem Schirm. In einer Akte des zuständigen Gerichts von Catania heißt es. Das Volumen der in Italien eingesammelten Wettumsätze beläuft sich für die Zeit von 2012 bis zum 17. März 2016 auf 669.665.561,39 Euro. Fast 670 Millionen. Einnahmen, die zumindest in Teilen illegal gewesen sein sollen. Laut der Akte soll Carmelo R. geholfen haben, im großen Stil Mafia-Geld zu waschen. In Italien habe man zunächst Bargeld gesammelt. Im Peugeot mit dem Geheimfach sei das Geld dann unter anderem nach Schweigern gebracht worden. Und von dort weiter ins Ausland. So der Vorwurf. Der Peugeot ist laut Ermittlungsakten in einer Werkstatt in Schweigern repariert worden. Und auch das Geheimfach soll hier eingebaut worden sein. In den Akten ist ein Mechaniker erwähnt und ein Verwandter des Mechanikers, der hier wohnen soll. Hallo, guten Tag. Ich suche ***. Ist nett da. In Italien. In Italien. Wir sind Journalisten, wir machen einen Beitrag über ***. Der, den wir suchen, lebe hier nicht mehr, sagt dieser Herr. Und dann geschieht etwas Ungewöhnliches. Und der Herr *** wohnt in ***. Nichts mehr. Schon ein Jahr. Weg in Italien. Okay. Er war im Knast hier. Ja, ja, ja. Er war gerade da weg, wegen dem Knast, musste gehen. Er war sieben Jahre Haft, ne? Wie lange war sie nicht. Sie haben mit der Mafia nichts zu tun? Nein. Ich bin der Retter Mafia. Sie sind? Ich bin mein Sohn. Sie sind Mafia. Eigener, großer, war ich. Sie? Schon lang. Ich, sieben, zwanzig Jahre. Nichts mehr. Der Mann erzählt uns offen, jahrelang für die Mafia gearbeitet zu haben. Aber waren Sie Cosa Nostra oder? Camorra und Cosa Nostra. Camorra und Cosa Nostra. Ja. Ist vorbei, bin ich nichts mehr. Mein Sohn, meine Familie, immer sauber. Gut. Ist ja auch nichts mehr. Das finde ich gut. Ja, auch nichts mehr. Okay. Bin Ende. Will nichts mehr zu tun. Fertig. Und das geht auch? Geht das so einfach? Wie? Ah ja. Das heißt, Ihre Kollegen von früher lassen Sie auch in Ruhe, oder? Das ist kein Problem? Nein, nein, nein. Das kann sein. Ich bin ein Mafia von Deutschland. Ich bin ein Kollege von Napoli. Mhm. Wissen die Menschen hier, dass Sie? Ah ja. Sie können noch nicht ein Problem haben. Sie haben einen Faschendo der Ligipriese. Okay. Ich habe kein Problem. Okay. Ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem. Plötzlich kommt ein Mann dazu. Er will nicht erkannt werden. Das Interview abbrechen. Doch der Herr, der angibt, Mafioso in Rente zu sein, ist einverstanden, dass wir alles senden. Beim Verabschieden sagt er noch, alle finden hier Schutz. Nicht nur in der Region Heilbronn ist die Mafia aktiv. In ganz Baden-Württemberg gibt es Zellen. In den vergangenen Jahren ist auch der Bodenseeraum in den Fokus geraten. Die kalabrische Nrangheta hatte hier ein Netzwerk aufgebaut. Dessen Kopf operierte offenbar von Überlingen aus. 2021 schlugen deutsche und italienische Ermittler zu. Der Vorwurf? Drogenhandel, Geldwäsche, Erpressung. Der Hauptverdächtige wurde später in Italien zu 20 Jahren Haft verurteilt. Aber wie nachhaltig kann so ein Erfolg sein? Die Konstanzer Staatsanwaltschaft hatte damals gemeinsam mit den italienischen Behörden gegen die Mafia ermittelt. Der letzte Einsatz dürfte es nicht gewesen sein. Ähnlich wie bei der Hydra schlägt man einen Kopf ab, wachsen zwei neue nach. Zu glauben, da mit der Mafia das Handwerk gelegt zu haben, wäre dann leider auch blauäugig. Aber es ist sicher ein schöner Ermittlungserfolg gewesen, gar keine Frage. Ist Baden-Württemberg längst in Mafia-Hand? Im Landtag will Innenminister Strobel vergangene Woche diesem Eindruck entgegenwirken. Baden-Württemberg ist für Kriminelle kein gutes Pflaster. Wer sich durch Straftaten bereichern will, ist bei uns fehl am Platz. Wir werden das organisierte Verbrechen weiterhin konsequent und in enger Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern bekämpfen. Die Opposition hat daran Zweifel. Laut SPD-Mann Sascha Binder tut das Land viel zu wenig. Die italienisch organisierte Kriminalität oder umgangssprachlich Mafia scheint in Baden-Württemberg erheblich seit Jahren, man könnte sogar von Jahrzehnten reden, Fuß gefasst zu haben. Auch für die Gruppe um Carmelo R. war Deutschland offenbar attraktiv. In einem abgehörten Gespräch lobt einer der später am Brenner gefassten Schmuggler einem unbekannten Mann gegenüber die deutsche Rechtslage. Weil es hier keine Straftat ist in der Mafia zu sein. Ah, also empfiehlt es sich hier Mafioso zu sein. Wenn sie das in Italien machen würden, in Italien würden sie die Zellenschlüssel wegschmeißen für das, was sie gemacht haben. Es ist also besser als Mafioso hier aktiv zu sein. Einer Spur wollte Sandro Mattioli in Schweigern noch nachgehen. Eine Anwohnerin hat er erzählt, dass ihr Vater Carmelo R. kennt. Und der ist nun zu Hause. Sandro Mattioli, mein Name, ich bin Journalist. Für mich ist er ein guter Mensch gewesen. Das heißt, waren Sie überrascht, als dann der festgenommen worden ist? Ja, das war überrascht. Hallo. Das ist für alle Menschen, so wie jeder hier. Jeder macht seinen Fehler. Er war hier bei mir, ein Jahr, so hat er gewohnt, als Freund. Aber mehr kann er nicht sagen. Wo Carmelo R. heute lebt, bleibt offen. Zum wiederholten Male haben Ermittlungen aus Italien mafiöse Umtriebe aufgedeckt. Nicht aus Deutschland. Viele Mafiosi leben weiter im Verborgenen, mitten in Baden-Württemberg. Wie gefährlich ist diese Situation? Und machen Ermittler und Politik genug, um die Mafia zu bekämpfen? Darüber möchte ich jetzt diskutieren. Mit Andreas Stenger. Einst Polizist, heute Präsident des Landeskriminalamtes und damit auf Landesebene verantwortlich für die Ermittlungsarbeit gegen die italienische organisierte Kriminalität. Und Sascha Binder, Jurist und SPD-Innenexperte. Er wirft den baden-württembergischen Behörden vor, zu langsam gegen die Mafia zu ermitteln. Und sagt, die Mafia fühle sich hierzulande zu wohl. Guten Abend. Guten Abend. Ja, legen wir direkt los. Herr Stenger, wie kontern Sie denn den Vorwurf von Herrn Bender? Ja, guten Abend. Die Bekämpfung der italienischen organisierten Kriminalität ist seit vielen Jahren ein strategischer und operativer Handlungsschwerpunkt, dem wir uns mit hohem Ressourceneinsatz widmen. Die Polizeistrukturreform im Jahr 2014 war ein wesentlicher Schritt, denn die Bekämpfung der italienisch organisierten Kriminalität obliegt nicht exklusiv dem Landeskriminalamt, sondern wir haben jetzt bei den Kriminalpolizeidirektionen in den regionalen Präsidien Fachinspektionen, wo Ermittlerinnen und Ermittler mit entsprechender Fachexpertise arbeiten. Wir haben also im Land Baden-Württemberg mit der Reform auch ein gut funktionierendes Netzwerk, eine gute Struktur von Spezialisten. Da muss ich bei gut funktionieren, muss ich mal einhaken. Herr Bender, sind Sie da einverstanden bei dieser Entgegnung? Weil der Vorwurf ging ja schon auch in Richtung der Ermittlungsbehörden, so wie ich Sie verstanden habe. Ja gut, das LKA hat die Aufgabe, nach den gesetzlichen Vorgaben, die wir im Landtag machen, die organisierte Kriminalität, die Bekämpfung zu koordinieren und damit auch erheblich Einfluss darauf zu nehmen, wie man gegen die Mafia in Baden-Württemberg ermittelt. Und wir haben erst letzte Woche im Landtag gesehen, dass auch der Innenminister die Bekämpfung der italienisch organisierten Kriminalität gleichsetzt mit jeder anderen organisierten Kriminalität. Wir sehen es so, es muss ein Schwerpunkt gesetzt werden. Von diesem Schwerpunkt sehe ich bisher noch nichts. Und wir haben auch letztes Jahr, als wir im Landtag das zum Thema gemacht haben, war die Antwort, die Kontakte nach Italien sind, wären Corona etwas vernachlässigt worden. Für mich ist nicht klar, wie eng sind die Beziehungen tatsächlich. Wenn ein Rechtshilfeersuchen fast ein Jahr dauert, bis es zu Ende bearbeitet wird aus Italien, dann erscheint mir da erheblich Stellenbedarf zu sein, aber wahrscheinlich auch finanzielle Unterstützung, um das wirklich ernst zu nehmen. Ein Satz aus dem Film, den wir ja gerade alle zusammengesehen haben, ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Und den fand ich einigermaßen beachtlich. Nämlich, alle finden hier Schutz, hat der wahrscheinlich verrentete Mafiosi gesagt. Ist das so? Frage an Sie beide. Bann-Württemberg und Deutschland ist sowohl ein Aktionsraum als auch ein Rückzugsraum für die Mafia. Aktionsraum bedeutet, hier werden Straftaten geplant und durchgeführt. Rückzugsraum bedeutet Mafiosi, die gesucht werden, denen der Boden in ihren Herkunftsländern, in Italien, so heiß wird. Kommen alle zu uns? Sie aber tauchen hier bei ihren Landsleuten, haben sie Möglichkeiten unterzutauchen. Das kommt natürlich nicht von ungefähr etwa 30 Prozent der Personen mit italienischem Migrationshintergrund, die in Deutschland leben, leben in Baden-Württemberg. Das hat geografische Gründe aufgrund der Nähe zu Italien. Das hängt mit der Wirtschaftskraft von Baden-Württemberg zusammen und hat historische Gründe, was die Anwerbung von Gastarbeitern anbelangt. Das würde ja bedeuten, wenn es so viele sind, aus welchen Gründen auch immer, dass man ja besonders viel Anstrengung unternehmen müsste, um dieses Phänomen zu bekämpfen. Herr Binder, würden Sie sagen, da wird schon genug getan? Bisher nicht, weil genau die Gründe, die Herr Stenger angesprochen hat, die sprechen ja gerade dafür, die italienisch organisierte Kriminalität im Besonderen zu bekämpfen. Dafür sehen wir aber wenig Anzeichen bisher. Wir haben allein von über 30 Ermittlungsverfahren gegen die organisierte Kriminalität insgesamt, waren gerade drei Verfahren gegen die italienisch organisierte Kriminalität. Allein die Zahlen, auch die, die Herr Stenger gerade selbst genannt hat, lassen eigentlich die Frage offen, warum man eigentlich nur so wenig Ermittlungsverfahren hat. Es ist ja so, dass Deutschland ja die höchste Mafia-Präsenz außerhalb von Italien hat. Baden-Württemberg ist in Deutschland eine der Hochbogen. Und vielleicht haben wir alle noch so ein bisschen romantisches und vielleicht auch verklärtes Bild von Paten oder Sopranos. Wie agiert denn hier überhaupt die Mafia, wenn sie denn so präsent ist? Das müssten Sie ja Sie wissen, wenn Sie gut informiert sind. Ja, das Agieren der Mafia ist natürlich vielfältig. Die italienisch organisierte Kriminalität deckt ganze Kriminalitätsspektren ab. Wir stellen die Mafia fest, wenn wir den internationalen Rauschgifthandel bekämpfen, auch wenn es um Kokainschmuggel aus Südamerika anbelangt. Wir stellen aber auch fest, dass bandenmäßige Steuerbetrugsverfahren hier geführt werden mit diesem Hintergrund. Eines der strategischen Ziele der Mafia ist natürlich auch, inkriminierte Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzubringen, um so die Herkunft dieser Gelder zu verschleiern und das Geld zu waschen. Das Deliktspektrum ist natürlich sehr, sehr weit gefasst. Und apropos Geld, 100 Milliarden Euro werden laut einer Studie vom Bundesfinanzministerium jährlich in Deutschland gewaschen. Das ist ja eine Wahnsinnssumme. In NRW gibt es da eine Taskforce mit über 70 Leuten. Wie sieht es hier in Baden-Württemberg aus? Wir haben in Baden-Württemberg beim Landeskriminalamt die Zentralstelle für Finanzermittlungen. Da arbeiten wir behördenübergreifend. Bei uns sind Verbindungsbeamte der Steuerfahndung, was sehr wichtig ist in diesen Feldern. Wie viele Leute sind das im Vergleich zu NRW, die da an diesem Bereich arbeiten? Das ist eine Inspektion, die auch um die 30 Beamtinnen und Beamten stark ist. Mir ist nur wichtig, wir arbeiten da nicht alleine. Wir haben dort Verbindungsbeamte zur FIU, zur Financial Intelligence Unit. Und darin liegt auch der Schlüssel. Außerdem haben wir das natürlich erkannt und sind auch dabei, ressortübergreifend, also gemeinsam mit Innenministerium, Justizministerium und Finanzministerium, uns über entsprechende Konzepte zu verständigen. Da sind wir in der Ressortabstimmung. Und das Ziel wird auch sein, eine solche Taskforce zu etablieren. Da wir jetzt mitten in der Abstimmung sind, kann ich schon nicht Details über Personalstärken sagen. Okay, das heißt, Sie sind dran, aber man ist sozusagen noch nicht auf einem höheren Niveau. Wir sind schon auf einem hohen Niveau, weil wir auch bei 13 Kriminalpolizeidirektionen haben wir den Bereich der Finanz- und Vermögensermittlungen. Und das ist natürlich ein ganz genuiner Bestandteil, wenn man Mafia bekämpft. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Das Follow the Money ist eines der Prinzipien. Und das andere ist die Kommunikationsströme aufhören. Herr Binner, ich würde gerne Ihnen das Wort geben. Aber die Landesregierung hat bereits schon 21 festgelegt, dass es eine solche Taskforce geben soll. Die Taskforce arbeitet nach wie vor nicht. Deshalb ist die Frage zu beantworten, wie viele Leute in einer Taskforce arbeiten in Baden-Württemberg, null. Denn das, was Sie ansprechen, ist eine bereits bestehende Inspektion, die versucht, über Ihre Kontaktpersonen zu anderen Behörden zu arbeiten. Aber eine Taskforce, so wie sie notwendig ist, so wie Sie sie beschreiben, aus einem anderen Bundesland und die Landesregierung seit 21 eigentlich als Ziel ausgibt, besteht nach wie vor nicht. Und die Geldwäsche ist ein großes Thema für die Mafia in Baden-Württemberg, aufgrund dessen, dass wir ein sehr wirtschaftsstarkes Land sind. Da gibt es bei der Mafia-Bekämpfung möglicherweise eine Beißhemmung der Behörden und der Politik. Genau dieser Vorwurf ist nicht neu, sondern jahrzehntealt. Wir schauen jetzt zurück zu einem prominenten Fall und einem prominenten Politiker. Es ist der 4. November 1993. Günther Oettinger in Erklärungsnot. Ja, Herr Oettinger, ist denn nun Mario *** Ihr Freund oder nicht? Herr Heims, zunächst ist mir wichtig, die Arbeit der CDU-Fraktion im Landtag hat seit Jahren ihren Schwerpunkt in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Und deswegen werden wir uns nicht davon abbringen lassen, die Mafia entsprechend harsch anzugehen. Warum der damalige Fraktionsvorsitzende und spätere Ministerpräsident Oettinger hier rumdruckst? Seine jahrelange Freundschaft zum Pizzabäcker Mario L. Der Gastronom richtete in den 90ern mehrere Fraktionsfeste der CDU aus, spendete an Oettinger und die Partei. Dann fällt ein dunkler Schatten auf die Beziehung. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft werden bekannt. Mario L. könnte nicht nur Pizza backen, sondern auch in großem Stil Geld waschen. Für die Ndrangheta. Von diesem Vorwurf wird er später freigesprochen. Dennoch ein ausgewachsener Politikskandal. Ein Untersuchungsausschuss brachte wenig Erkenntnisse. Er verfolgte den Fall ab Tag 1, Journalist Rainer Nübel. Sein Eindruck? Die Ermittlungen wurden nicht mit voller Kraft geführt. Also jahrelang die Falsch, dass, wie ich glaube, jeder Journalist, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und ans Landeskriminalamt ging, bestätigen kann, dass die Brisanz des Themas vollkommen abmoderiert wurde. Dass man, also ich kann mich selber erinnern, wenn ich das Landeskriminalamt auf die Ndrangheta, namentlich auf Mario L. ansprach, wurde ich permanent damit abgekanzt, ja, die Unkamellen, die Eingeschichten. Ermittlungserfolge gegen die Mafia? In den vergangenen Jahren gibt es das selten. Hier in Mannheim Anfang der 90er werden vier schwer bewaffnete Männer festgesetzt. 1997 Schlag gegen Mitglieder der Mafia-Organisation Camorra in Stuttgart. Mit vorgehaltener Schusswaffe erpressten sie Eisdielen und Pizzerien. Über die Jahrzehnte ist im Land ein dichtes Netz von Mafia-Strukturen gewachsen. Im Blickpunkt der Bodenseeraum und die Region Stuttgart. Fokus der Berichterstattung, aber auch der Ermittlungsbehörden? 9. Januar 2018. Im Morgengrauen wird Mario L. doch verhaftet, aber nicht von den deutschen Ermittlungsbehörden, sondern von italienischen Mafia-Jägern. Teil einer groß angelegten Operation. Er soll doch ein zentraler Kopf der Drangheta sein, mehr als 100 Restaurants erpresst haben. Inzwischen ist er in Italien in zwei Instanzen zu mehr als acht Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob es jetzt mit dem Grund ist, dass sich die Drangheta gerade in Baden-Württemberg festgesetzt hat, weil das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Stuttgart erkennbar wenig an Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Und da er eine solche Beisemmung hat, das wäre Spekulation. Es hindert aber ganz sicher nicht die Drangheta, wenn sie wenig belangt wird, und wenn sie wenig verfolgt wird, natürlich sich weiter auszubereiten. Es gab ja rund um den Fall Mario All bereits einen Untersuchungsausschuss. Und Sie, Herr Binder, haben im letzten Jahr die Regierung in einer kleinen Anfrage im Landtag um eine Stellungnahme gebeten. War das Ergebnis denn zufriedenstellen? Natürlich nicht zufriedenstellen. Natürlich kann die Regierung und auch die Ermittlungsbehörden nicht alle Details offenlegen einer Ermittlung. Aber sobald eine Landesregierung mehrere Fragen in einer Antwort zusammenfasst, merkt man eigentlich, dass sie nicht ganz transparent arbeitet. Und deshalb hat uns das überhaupt nicht zufriedengestellt. Vor allem ein Thema, das uns sehr bewegt, es geht ja nicht nur um das Verfolgen von bereits begangenen Straftaten, sondern es geht auch um Prävention. Wie können wir niederschwellig, gerade den vielen italienisch-stimmigen Personen in Baden-Württemberg, die Herr Stenger gerade beschrieben hat, ein niederschwelliges Angebot bieten, sich zu melden bei den Behörden? Das gab es, war geplant, das auch italienischsprachig anzubieten. Wurde dann gestoppt und gilt jetzt eine digitale Möglichkeit, bei dem sich Menschen melden können. Und wenn da die Landesregierung in die Antwort schreibt, wir gehen davon aus, dass das deshalb nicht genutzt wird, weil diejenigen, die sich da melden könnten, eh Schwierigkeiten mit dem Staat hätten. Da kann ich nur sagen, so funktioniert es nicht. Es gibt niederschwellige Angebote, und die sollte man einführen. Zurück nochmal zum Fall Mario L. In denen war ja mindestens ein prominenter CDU-Politiker, nämlich Günter Oettinger, verstrickt. Ist es so, dass die Mafia in Baden-Württemberg zumindest von Teilen der Politiker geschützt wird? Was ist Ihr Eindruck, Herr Stenger? Das ist absolut nicht so. Wir haben auch keine Beißhemmung. Dem muss ich entschieden entgegnen. Ganz im Gegenteil. Dieses Verfahren gegen Mario L. ist hier über viele Jahre geführt worden. Aber abgeführt wurde er von den Italienern. Ja, aber das ist ja kein Wettlauf wer. Also die Bekämpfung, wer die Festnahme durchführt oder wer die Operationen macht, die Bekämpfung von italienischer Okadi ist genuin international ausgerichtet. Aber 25 Jahre später ist die Erfolge. Ja, Mafia-Verfahren dauern sehr, sehr lange. Was der Herr Binder gesagt hat, was die Statistik der IOK-Verfahren, das waren die Abgeschlossenen. Über die Laufenden, über die ich hier aus vielerlei Gründen sprechen kann, die erscheinen ja da gar nicht. Was mir nur wichtig ist, die Operation Stice, also diese große Aktion von den italienischen Behörden zusammen mit uns mit 169 Haftbefehlen und Festnahmen, die hätte es nicht gegeben, wenn nicht eine gute Zusammenarbeit, ein guter Austausch zwischen den Italienern und den deutschen Ermittlungsbehörden waren. Das ist ein wichtiger Punkt. Wer letztlich die Festnahme durchführt, das hängt natürlich auch daran, dass wir in Italien natürlich eine ganz andere Gesetzgebung haben. Wenn Sie den Anti-Mafia-Paragrafen mit unserer Bildung einer kriminellen Vereinigung vergleichen, dann erkennen Sie, dass es bei uns unklar schwieriger ist, diesen Organisationstatbestand festzulegen. Darüber, ich verspreche, Ihnen reden wir später noch. Ich würde aber gerne von Herrn Binder wissen, ob Sie beim Thema keine Beißhemmung und auch bei dem wichtigen Thema sind Politiker zumindest in Teilen verstrickt in Mafia-Geschäfte oder gab es einen Schutz zumindest zeitweilig in Baden-Württemberg für Mafia-Bosser hier bei uns im Land. Also es gab natürlich nie Nachweise. Aber allein, wenn ich in dem Podcast des SWR höre, dass Mario L. Feste der CDU-Landtagsfraktion finanziert hat, das müsste man sich mal in der heutigen Zeit vorstellen, wenn irgendjemand anders ein Fest organisiert, welche Interessen stecken da dahinter? Und da ist aus unserer Sicht nach wie vor alle Erklärungen offen, ob es eine direkte Einflussnahme gab. All dieses ist nicht nachgewiesen worden und konnte auch im damaligen Untersuchungsausschuss nicht wirklich nachgewiesen werden. Ich glaube, dass es insgesamt nicht wirklich als Schwerpunkt gesehen hat. Auch der Innenminister hat viele andere Dinge, wo er sagt, da will er das zur Chefsache machen. Die Mafia gehört nicht dazu und eigentlich müsste sie zur Chefsache gemacht werden. Mich interessiert jetzt an dieser Stelle, was einer der anerkanntesten Mafia-Experten aus Deutschland zu unserem bisherigen Gespräch zu sagen hat. Ein Mann, den wir im Eingangsfilm bereits kennengelernt haben und der recherchiert in Deutschland, in Italien zum Thema Mafia. Sandro Machioli, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Wir haben ja jetzt viel über die Wirtschaftskriminalität der Mafia gesprochen. Ist denn die Mafia heutzutage tatsächlich noch gefährlich? Also tatsächlich im Sinne von gefährlich für Leib und Leben? Also man muss sehen, dass die Tendenz der italienischen Mafia-Clans vor allem der an Dranggeta ist, möglichst wenig Blut in Deutschland zu vergießen. Aber wenn Sie nach Stuttgart schauen, hier gibt es einige Fälle von gravierenden Delikten. Es wurde einem Unternehmer in den Unterleib geschossen, es wurden Menschen erschossen. Und das liegt alles noch nicht so lange zurück, sodass es eben doch so ist, dass auch für Leib und Leben Gefahr besteht, wenn man in bestimmten Konstellationen... Das heißt, es ist möglicherweise eher eine Milieufrage. Aber was macht denn die Mafia gefährlich für unsere gesamte Gesellschaft? Also zunächst muss man sehen, wir haben eine geringe Sensibilisierung für das Thema Mafia, sei es in der Politik, aber sei es auch in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft überhaupt. Das bedeutet, wir sind in gewisser Weise der Strategie, die den Dranggetan den Tag legt, nämlich bestimmte Bereiche von der Gesellschaft zu infiltrieren, ein Stück weit schutzlos ausgeliefert. Wir haben hier auch in Baden-Württemberg Fälle, wo eben Leute mit Mafia-Geld vermutlich gearbeitet haben, Unternehmer. Und auf die Art und Weise schleichen sich Mafia-Clans in die Gesellschaft oder bauen eben Kontakte zur Politik auf, was absolut Teil der Strategie, der Dranggetan ist. Und wenn ein Innenminister hergeht, wie jetzt eben letzte Woche geschehen, und sagt, wir haben hier 200 Mafiosi in Baden-Württemberg, das sind weniger, als zu erwarten wäre, finde ich, ist das nicht unbedingt der Schwere dieses Problems angemessen. Sondern ich möchte dann lieber hören, welche Methoden und welche Schritte wollen wir gehen, um diese 200 nach Möglichkeit zu vertreiben. Haben Sie denn das Gefühl, dass der politische Welle komplett da ist oder auch der Ermittlungsdruck sozusagen so groß ist, dass dieses Problem ernsthaft angegangen wird? Mein Eindruck ist, dass wenn man auf Deutschland insgesamt schaut, dass sich tatsächlich etwas ändert. Es sind manche Bundesländer, die sind weiter vorne dran, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Es gibt andere Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, da würde ich mir noch etwas mehr Nachdruck wünschen. Aber ich glaube, die Botschaft, die auch mein Verein Mafia-Nein-Danke setzt, nämlich, dass eben Mafia ein Problem ist, was uns alle angeht, auch wenn wir es jetzt nicht sehen, auch wenn nicht Blut auf der Straße fließt, dass diese Botschaft tatsächlich langsam ankommt. Und auch dank der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, die deutlich machen, wir haben hier ein Problem, weil rein über die polizeiliche Kriminalstatistik, über Polizei-Informationen wird dieses Problem leider nicht sichtbar. Wir haben ja auch gerade schon über die deutsch-italienische Zusammenarbeit gesprochen. Herr Stenger hat das sozusagen als gemeinsame Ermittlungserfolge beschrieben. Wie sehen Sie das? Warum ist das so, dass so häufig Mafiosi tatsächlich von italienischen Ermittlern festgenommen werden und nicht von deutschen? Also es hat natürlich damit zu tun, dass die italienische Gesetzeslage besser ist. Aber es hat auch damit zu tun, dass da mehr Nachdruck in den Ermittlungen ist und auch die Ermittlungsmöglichkeiten besser sind. Wir machen uns, mein Verein, wir machen uns stark für eine Ergänzung des Paragrafen 129, eben der die Bildung einer kriminellen Vereinigung bestraft, dass man dort nämlich Mafia-Merkmale in der Tatbegehung stärker gewichtet, sodass es dann auch attraktiver wird, gegen kriminelle Vereinigungen zu ermitteln und eben nicht nur wegen Drogenhandel oder Umsatzsteuerbetrug oder welchem Delikt auch immer. Das heißt also, dass die deutschen Behörden nicht per se schlechter arbeiten als die Italiener oder würden Sie so sagen, da ist schon Nachholbedarf? Ich würde nicht hergehen und Behörden bäschen. Ich sehe, dass es in der Polizei engagierte Leute gibt. Es gibt beispielsweise den Fall dieses wichtigen Polizisten im LKA. der dann leider aus seiner Funktion entfernt worden ist, aus Gründen, die mir nicht klar sind, der viel Druck gemacht hat. Das ist ein Beispiel. Es gibt sehr viele engagierte Polizistinnen und Polizisten, die ihre Arbeit richtig machen. Es gibt auch bei den Staatsanwaltschaften gute Leute, aber es gibt eben auch Bremser über die Gründe. Weshalb Menschen bremsen, kann ich nur spekulieren, das weiß ich nicht. Aber es liegt definitiv etwas im Arten. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sandro, Machioli, danke, dass Sie hier bei mir im Studio waren. Und Ihren Punkt möchte ich gerne direkt mit ins Gespräch nehmen. Und zwar die Frage, ob italienische Behörden anders, besser, schlechter funktionieren als deutsche. Herr Stenger, es ist so, Sie haben es selber angesprochen, wir haben andere Gesetze als in Italien. In Italien ist die Mitgliedschaft in der Mafia bereits strafbar. Es gibt da Isolationshaft zum Beispiel. Man kann flächendeckend Telefone abhören. Oder vielleicht an Sie beide die Frage, sind das Zustände, ist das etwas, was wir wollen? Weil so ganz unentstritten ist es ja nicht, so zu ermitteln. Wir diskutieren ja auch seit vielen Jahren eine Beweislastumkehr bei der Geldwäsche. In Italien ist das Gesetzeslager. Wenn wir Gelder haben, dann müssen wir den Nachweis führen, dass sie inkriminiert sind. In Italien genügt das Wissen um die Zugehörigkeit in Mafiose-Strukturen. Und dann werden Vermögenswerte eingezogen. Und der Nachweis muss von den Beschuldigten geführt werden. Das ist natürlich schon ein wesentlicher Unterschied, der diesen Bereich der Einziehung von Tat erlangten Vermögenswerten erheblich vereinfacht. Wir haben da 2017 auch einen... Also deswegen die Frage, würden Sie sich eine Verschärfung wünschen, Sie beide? Weil das würde ja auch einen Eingriff in gewisse Persönlichkeitsrechte bedeuten. Gerade wenn man flächendeckend abhört. Vielleicht eine kurze Antwort von Ihnen beiden. Also flächendeckend abhören wird es in Deutschland nicht geben. Auch in Italien gibt es auch in Italien nicht. Es muss am Ende verhältnismäßig sein und durch einen Richter angeordnet werden. Und was die Frage des Paragrafen 129, also Bildung einer kriminellen Vereinigung angeht, kann ich sehr viel von dem, was Herr Mattioli vorschlägt, mitmachen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Schlüssel. Ein Schlüssel auch für die Frage, ob wir am Ende wirklich eine Beweislastumkehr in Reinform brauchen. Oder durch dieses Erfüllen des 129 eigentlich schon relativ weit bin. Am Ende muss ich aber auch die Behörden, die die Geldwäsche überwachen, auch so personell ausstatten, dass sie in der Lage sind, das auch zu leisten. Passend zum Thema Behörden müssen wir jetzt leider mit einem Paragrafen das Gespräch beenden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Mir wäre ein Hinweis noch wichtig. Wir arbeiten ja systemisch. Das heißt, wir haben Zeugenschützer, wir haben verdeckte Ermittler, wir haben Ermittler und Auswerter. Und wenn wir denen sagen, sie hätten Beißhemmung, dann wird das dem Engagement dieser Kolleginnen und Kollegen, die das bei uns machen, aber auch bei den regionalen Polizeipräsidungen, nicht gerecht. Vieles kann man journalistisch darstellen. Das ist dann auch oft ein bisschen klischeehaft. Aber wir haben, und das kann ich Ihnen versichern, keine Beißhemmung. Und wir sind da vehement daran. Ich glaube, das haben Sie vehement vertreten. Lieben Dank, Sascha Binder und lieben Dank, Andreas Stenger, für Ihren Besuch bei mir im Studio.